aber wir gehen das erst mal so ganz chillig hin so ey du 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 ich geh hier nur vorbei und gucken ob das klappt rassam Leuchtturm von Einsamkeit Da ist keiner Lohn Na das war ja jetzt mal überaus schwer Ich dachte jetzt wunder was ich hier Sneaky machen muss Oh das hat sicher noch ein Nachspiel So einfach mal gucken Hätte er auch nicht selber machen können Nein hätte er nicht Oh Ihr hättet nie herkommen sollen Wie hier drüben Lydia wir gehen Lydia was verstehst du da nicht Was versteht Lydia an Lydia wir gehen nicht Rumsäbeln ne Ich glaube sie ist willig oder Ich glaube sie ist willig oder Tschüss Tschüss Hat keiner gesehen Ich glaube jetzt können wir hier auch Leerräumen Ja Alter wenn da alles leer ist Was würde ich denn da leerräumen Come on Come on Ist da hinten was Oh Äpfel Könnte da mal was gescheites drin sein Honigwabe Honigwabe Sag mal Honigwabe Das ist doch immer immer was anderes Und da ist nix drin Und da ist nix drin Sooo Fass Knoblauch Schneebier Grüne Apfel Oh Ah komm her So Ich bin mal was ich Was ich bin was ich bin Und was ich bin Ist ungewöhnlich Komm schau mich nur Da Hey Dreck dass wieder mit Filmtexten Ähm Songtexten So rum Was haben wir denn? Die Säge wollte ich nicht. Die Nachtigallen, Wahrheit oder Legende? Cool, Zaubertrank, Stiefel kannst du dir behalten. Das nehmen wir mit und das kannst du dir oben behalten. Äh, Truhe. Oh! Mal hier noch was. Das glaube ich nicht. So, die Taste. Glaube, Lydia hat geregelt. Glaube, Lydia hat geregelt. So, so, Kopfgeld bezahlen. Ich glaube, ihr müsst kein Kopfgeld mehr bezahlen. Rot-Wardonen-Stiefel. Biografie von Barenzia, Band 1. Die ganzen Bändern hier. Was? Äh. 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 Lydia regelt. Ich mag Lydia. So leere Säcke kann ich nicht leiden. Oh, was hab ich denn jetzt wieder genommen? Rote Jungen-Tunika und Topf könnte er bald. Ah, da bin ich ein Sumeter. So, so, so. Oh, da haben wir Werkzeuge. Na, wo ist denn der? Geht zur Akademie, sagte Vater. Benutzt euren Verstand, hat er gesagt. Woher sollte ich denn wissen, welche Akademie er gemeint hat? Ist der vielleicht da drin? So, gehen wir erst mal hier gucken. Schichtlicher Überblick des Kaiserreichs Band 4. Lässt du mich doch mal raus? Lydia, komm, guck mir in die Augen. Dankeschön. Eine Laute, die nehmen wir doch mal mit. Da ist er doch. Keine Sekunde verbringe ich mehr in dich so stinkendem Kerker. Sterbe ich doch lieber als nicht zu ergeben. Ich dachte, ich würde... Au, 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 au. Auch nicht weh. So, wie sie mir halt immer in die Ding rennt, ne? So, ich glaub, das war der Letzte. Hm, Seelenstein, Gold, Amulett von Ständer, Lederrüstung, nehm wir mal mit. Ja, wenn halt, wenn mal leer ist und, ähm... Schick mich halt ein bisschen. So. Na. Dankeschön. Oh. Glaubst du, so ganz funktioniert das Ding hier nicht, oder? Lass mich doch da mal. Ich glaub, da komm ich nicht hin. Alter, wie groß ist denn das Ding hier noch? Au. Mach' mal. Schlüssel zur Druhe der Holden-Kräckin. So mag ich das. So, was liegt denn da unten? Fuck, Kartoffeln, die lassen wir nicht verkommen. Kinder und Wein. Ah, den Teller wollte ich nicht. Ah, das geht nicht. Und das zwei Gold, makelloser Granatstein und Schlossknacken. So, so viel lesen wir jetzt mal nicht. Das gelbe Buge, der Rätsel. Das ist ein Mehrteiler, Band 2. Muss schon mal gucken, ob man da demnächst mal, äh... Vielleicht so ein Mehrteiler oder so, äh, wo man schon mal lesen kann. So, haben wir hier noch was. Prüfungen des Heiligen Alesia und Barenzia, Buch 1. Oh, sind wir hier jetzt durch allmählich, ja? War tatsächlich größer, das Ding, als ich dachte. Tanz im Feuer, Band 6. Ungewöhnlicher Stein. So, schreibt weder, tippen was. Gift. Für Moment. Nochmal für Moment. So, das Glockenblume. So, war's das jetzt hier, ja? Ah! Aber Gold drin. Gut können sie palpen. So, dann gehen wir hier mal raus. So, und jetzt wehendem, das lohnt sich für mich nicht. Dann werde ich aber sowas von gretig. Aber da bin ich schon da. Hoppala. Riesenflechte und Kohl übersehen hier. Glaub, das war's jetzt. Äh, wo geht's denn hier runter? Da. Gehen wir mal ganz scheinheitlich zurück. Und Kelly, rennt eins mittlerweile. Oder immer noch nicht. Die wechselnden Sounds hier sind gerade sehr, äh, verwertet. So, wo war denn der Vogel nochmal? Der war auch irgendwo in der Stadt drin, ne? Irgendwo am Anfang vorne, ne? Ich glaube, den Bergblumen ist auch wieder mittlerweile, oder? Bald. Oh! Mondfall da. Ah, guck mal, Glühbirmchen, komm her zu mir. Die können da hinschreiben, was die wollen. Das ist ein Glühbirmchen und fertig. Musch mal fragen. Ob unser Glühbirmchen mit denen hier verwandt ist. Oh! So, jetzt haben wir ja g'nacht. Dann sollte da ein Schiff, ich denke immer nicht, dass wir das Schiff jetzt sehen. Wie das aufgrund läuft. Oh! Oh, ich glaube, unser Eierdealer kommt. Ich gebe jetzt wieder frische Eier. Gut'n doch. Merkst du was? Lagerhaus der Ostkaiserlichen. Da sollten wir auch irgendwas machen, ne? Wie viel Uhr haben wir's denn überhaupt? Oh! Ab und zu um neun, ne? Da könnten wir uns eventuell gleich mal noch im Gasthaus irgendwie ein Bettchen suchen, oder so, oder? Das sie gleich wieder meckern können, die Wachen. Der mault gar nicht. Wie kommt man drauf, die Teile Fackelwürmchen zu nennen? Wo? Achso, ne, Entschuldigung, ich hab genießt. Bis zu zwei Kinder adoptieren. Ja, ja, irgendwann mal. Schneller. Jetzt stellt euch mal vor, wir haben zwei Kinder. Irgendwann sind wir ja, äh... Einer, wieso ist der so draußen? Was ist das denn bescheuert? Man sollte ab und an mal auf seine Questmarker gucken, ja? Was? Okay, ich hab gerade beschlossen... Das sagt Ulfric Sturmantel, habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. Ich dachte, das können nur, äh... Drachenblutler. Ich dachte, es kann immer nur einen geben. Oh! So kann der Ulfric da auch, ja, wobei, die anderen, die können ja auch, ne? Hier, die sind Rock, 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 äh, die Grau-Werte da oben. Warum bin ich da gerade hochgelaufen? Oh! Ajo, Drucker! Und... Ola. Ach, da unten steht der jetzt. Seht aus, als hättet ihr keine Probleme gehabt. Naja, das war viel zu einfach. Ich habe das Feuer im Leuchtturm gelöscht. Und es hat auch schon Wirkung gezeigt. Die Eisläufer hat zur erwarteten Zeit nicht angelegt. Ohne den Leuchtturm wird die Eisläufer wohl die westliche Untiefe weit umfahren haben und an der Ostküste auf Grund gelaufen sein. Meine Schwester Deja ist mit unseren Schwarzblut-Räubern am Wrack. Sie erwartet euch. Ja, da zu, ja, äh, zurück. Jetzt müssen wir da rüber. Falsch. Den da. Äh, ja, wo? Uff, Alter. Geh hier rüber und dann da. Okay. Geh mal nochmal da runter. So viel zum Thema Schlafen. Na, Drucker, wie geht's dir? Alles schick? Hoffe ich doch. Ach, das Ding hier bimmelt wohl. Äh, opa la. Gut, dann geh mal halt da. Dich im Planschen, ne, dann wird's auch wieder. Dann bin wir wieder munter. Jeb, Rimmwald am Suchten immer noch. Oder sucht die du? Rimmwald ist doch schon total ausgelutscht. Oh. Servus. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Was ist jetzt da? Mundfalter? Komm her, jetzt. Ich hab dich genau erwischt, du Sack. Was ist das hier? Leer, leer, leer. Ich glaub, das hab ich schon leergeräumt, oder? Was ist das hier? Der renn mal da lang. Ruh! Ja, Fuchsi, alles schick. Wann mal speichern. Fuchs, wer, du zickst mir den Arsch. Ist das alles, was gefällt? Alter, wo kommt denn der her? Ja, türlich. Noch mehr ging nicht, oder? Okay. Die Frage ist jetzt, wir haben ja da grad speichert. Ob die jetzt wiederkommen, oder sind das Random Events? Okay. Ja, ja, das ist nur, ich hab nur gesehen, äh, oder zu spät gesehen, dass meine HP so weit unten ist. Und dann hat's Blumse macht. Hey. Juni, ja, was war das? Das war schon alles. Merkt ihr nicht drauf? Wo denn hinten wird's hin? Euresgleichen hat keinen Platz. Weißt du noch? Warum stehe ich eigentlich nicht auf? Oh, Vampirstaub. Wie viel kann sie beilten? So. Haben wir. Äh, da müssen wir mal rüber. Oh. Da haben wir's. Noch so'n Ding. Oh, was denn hier ist aber geil. Nächst mit Schlachterfischeiern. Okay. Ich bin ja schon Stufe 18. Hey, bin ich gut, hä? Huss, Goppi. Auch wieder da. Oh, servus. Wusste doch, ich hab' ganz was gehört. Vielen Dank.